Es ist soweit. Das Finale von Pokémon Vice 2. Ja, wir facen den Champ. Damit er kommt zurück zum epischen Finale von Pokémon Vice 2. Ja, wir gehen heute jetzt auf den letzten Kampf. Und ich muss jetzt mal kurz ein wenig nach vorne nehmen. Ich will den Kampf gegen den Champ, aber ich hab hier schon betrachtet, dass ich noch mal so gehabt habe, denn Dragonfly ist ziemlich angekratzt. Noch ein Kampf gegen Eugene. Ich weiß nicht, ganz kurz was kommt. Nein, passt. Bis da nicht alles passt, oder? Moment. Ja. So, muss ich kurz cutten, aber naja. So, okay, ich fang mit Danspie an. Um wieder auf den Punkt zurückzukommen, wo ich... Ich weiß, wie er ein Pokémon sein wird. Vermutlich, weil ich das richtig kochere, wo ich hier mich netze, sowieso so häufig. Aber naja, scheiß drauf. Wir gehen die Treppen ganz langsam. Ne, wir gehen die ganz schnell hoch. Die Pokémon-Liege. Gleicher Aufgang, gleicher Aufbau wie ein Pokémon schwarzem Weiß 1. Doch, diese Kamera ist ein bisschen anders. Ne, wohl, hier ist der selbe Aufgang. Aber ja, hier wartet uns der andere. Der Champ ist ein anderer. Wir kommen ja raus von der Reihe. Es ist nicht Lauro. Ich weiß, dass ein Einzelfall war. Ich habe dich schon erwartet. Los geht's. Gehen Sie Kämpfe sehend. Gegen starke Trainer sind wir hier. Leben sind ich hier. Und ich will auch erklären, warum. Hier kommen nur Trainer, die sich von ganzem Herzen wünschen zu gewinnen. Trainer, die mit dem Pokémon uns sind, geile Kämpfe durchgestattet haben. So, ich kriege da helfen ja, und das will ich auch mein Pokémon stärker zu werden. Und jetzt wird gekämpft. Ich bin Lilia, der Champ der Pokémon-Liege. Und ich werde dich besiegen. Genau. Lilia ist der Champ. Die 8. Rennleiterin aus Pokémon Vice. Ich habe ein neues Ausdruck bekommen, aber die ist, glaube ich, nicht geil. Ich habe heute auch eine Schalte-Muss-Bass-Bass-Bass-Bass-Bass. Aber ich finde die Musik cool. Und die Hintergrund ist richtig evil. Sie ist eine Trachen-Trainerin. Oder zumindest hat die... ... die Fahrtrafen-Pokémon. Sie fängt an mit Trinkofahler. Und Drache ist nun nichts. Hier sind wir sehr wichtige Attacks. Vor allem mit Eis, Kampf und Drache. Und zwar vor allem mit Kampf. Der ist die Fieselgangskriff ist höher. Bei einem Angriff werden wir verdoppelt in die Schwerke-Förerung. Vergelt sich. Das heißt, dass die Schwerke-Förerung ordentlich damage durch. Und dann wird der Schwerke-Förerung von 140-Finger sehr effektiv. Und dann ist die Schwerke-Förerung. Und dann ist die Schwerke-Förerung. Doppelt-Power durch die Schwerke-Förerung. Nicht nur auf auf die Schwerke-Förerung. Ich sage, dass die Schwerke-Förerung sehr effektivität. So. Jetzt macht er auch noch mal die Eröffnung-Förerung. Die Frage ist, was er schnell lässt. Die drücke Falle oder mein Dämpf? Der Eis-Stahl könnte das Ding wegschießen. Oh, das geht so schnell. So. 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 Erste Notlage. Gleiches beginnt. Ich hätte noch... ...niss zu ziehen. Verwarte, wäre noch mal so ein Tanky. Ich halte noch mal eine Poker-Förerung nach. Die schießen Brach-Bohrung. Ich bin zu kommend schneller, wenn das hoffentlich nicht verziehen. Ja, also. Ich merke da, damit würde ich nicht mehr machen. Und Eis-Stahl kommt noch schneller, der NB. Nein, der Fisch. Aber ich habe... Oh, das war auch... Ich hätte ja nicht wirklich zu verpackt, weil ich glaube, ich hätte das nicht überlebt. Nein. Wir bleiben doppelt. Wir müssen wohl unsere Fliege für Ausfahrt reinbekommen wieder. Mr. Tee, und zwar mit jetzt eigentlich nicht absoluter Teamlead, oder Lieder in der Liga. Lieder in der Liga. Ja, und zwar. So, ich guck. Ich dürfte den Drachenpuls wieder fehlen. Mr. Tee ist unglaublich fänklich, hat sich nicht auch so vielfach aus. Ich habe aber eines auch mal bewiesen. Ja, nicht einmal die Hälfte. Aber... Aber sie weiß nicht, wie er mal wie stark ist, dass sie jetzt eigentlich ist. Unglaublich Power. Boah, unglaublich Power. Besonders auch mit einer hohen Motorseite Ankersteig. Das ist die Frage, was kommt. Shadrago. Wo ist die Frage? Weil ich weiß, dass Shadrago als Fähigkeiten Rauhaus ist, weil ich das hier als böse im Ankerverlust gut ist. Also nix nicht sehr schnell, ich habe Anker-Sklus. Aber das Ding ist defensiv. Alles drin will Bartholomier als Tank-Anspektum. Und hier ist der Flügelstärker. Um hier A mit dem Eisensatz Schaden machen zu können, dann B sein Angriff zu decken, das war den Laden. Okay, war es nicht, aber ich. Obst du denn die Lebe-Eisensatz ist mit dem Dance-Fee? Der Fruchtenschluss geht daneben. Das Ding greift sich nicht sehr lang. Wachlich habe ich nicht gewissen, aber es gibt Eis-Zahnen. Ich bin Shadra. Ja, NOMF! Yes, man, Maturomier, du hast es echt drauf. Nochmal, NOMF mit dem Eis-Zahn. Besten Frucht, noch ein Lässchen zurückstecken, komm. Nein, Fruchtest! Yes, man! Wir haben endlich mal Glück! Ich weiß genau, wenn ich das nicht werde, würde ich auf den Arsch beißen. Das ist Wacker, das ist irgendwie, wenn er uns rauskommt. Stoller. Und hier habe ich mich unterbunden, was vierfach effektiv ist, nämlich Mr. T. Was auch für Tank stehen könnte. Habe ich nicht, Mr. Tank, genau. Nein, Mr. T. Nein, der ist nicht verdient. Der Outrein wie noch warst. Und jetzt gibt's hier einen Slum-Kick. Was, das Ding ist schneller? Komm, das überstehst du, Mr. T. Du bist hart. Ja, aber richtig. Bäm, auch würde vom Wesen, glaube ich, anders bist, aber nein. Nein. Oh, das reicht! Stollers ist down! So, weil ich jetzt die restlichen Pokémon richtig im Kopf habe. Die hatten Stollers. Okay, warte, dann kommt noch... Ah, er hat auch der Rex. Vielleicht Gordon ist in Würde, weil das Ding ist verdammt schnell. Strack. Track. Dann gibt's zu angeschlagen. Was, rum, eher wäre die andere Option. Dann werde ich auch noch einen wechseln, falls bei Strackenswild was dicht geht. Ich hab hier momentan eigentlich recht gut. So, und nach dem Stein ja auf Stein Neutralitz war der Stein Hagel auf einen Stein zu rufen. Und der Betrieb ist Strachblau, allerdings habe ich jetzt nichts Neues gesehen. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen, wenn ich gegen das Lernen kann. Ist nicht so lustig. Langer Stink voller Kaffee hat oder irgendwie Heftwerk nach hier hat das Weg über Werte. Also, Werte, die ich mit dem Punkt von Vena Quasa messen kann. Und nichts darüber macht im Competitiveness seine Fähigkeit. Wie gesagt, wenn ich mit der Hälfte dann am Herbst, was wahrscheinlich von den G4-Fachs eigentlich planleikabel ist, mit seinem der Akku-Watt-Koppel, weil es hat eine Angriffsdeckung. Dann, ich denke, Halvinus und Morse sind nicht tiefer als auch sein Angriff. Das ist, glaube ich, nur bei der Hälfte. Obwohl ich, glaube ich, jetzt nicht die Akkubatik abkratzen werde. Oh, scheiße. Ich hatte gehofft. Jensiv. Sei 중요! Heusstall! 2 Tage abgewehrt, schön! So, die Frage ist, kommt der Fick, kommt der Fick mit der Pokémon oder kommt das, was ich hoffe? Die Fick, das, was ich hoffe? Also, ich habe hier Lava-Telegramm. Lava-Telegramm ist, aber wir müssen nicht mit dieser Kapitänz, die sehr weg sich zu treffen. Und das heißt, ich habe hier nochmal ein paar Runden, um meine Pokémon wieder aufzuhalten. Ich habe angefangen mit zu fahren auf der T-B hier. Und es ist auch noch scheißegal, ich nehme jetzt die Kompi lieber her. Also, Peter ist total vorbei. Oh, fuck! Donnerblitz! Scheiße! Okay, dann reingehen. Ist der T. Ich bin auf der Bedeutung! Ich bin auf der Bedeutung! Ich bin auf der Bedeutung! Und ich bin auf der Bedeutung! Ist das sicher ein Rasse einschaut, der ist jetzt sehr effektiv und so weit ist es. Ja, also Napros ist unglaublich tanky und hält verdammt viel aus. Und Napros ist davon bekannt dafür doch, dass man das Ding einfach kaum tot trinkt. Aber... Disserti hat einfach auch Power. Und ist auch tanky. Und das Ding ist sogar schneller, Disserti. So lange das ist es nämlich auch nicht. Aber wenn es eigentlich nicht mehr schönkostenartig aussehen, dann kann man schon lange vom Anstieg doch auch nicht ganz machen. Der Turmkrieg... Mr. T, du bist mein Mann. Der Hochmutwerk. Und ich weiß, was sie jetzt jetzt einsetzt. Und ich hoffe, dass sie das macht, was ich hoffe, dass... Wow. Ich hoffe, dass sie das macht, was ich hoffe, was sie macht. Nein, ich hoffe, dass sie das macht, was sie... Naja. Anders gesagt, ich muss mich in einem Wochenende versuchen zu sterben. Anders gesagt, ich hoffe schlicht und einfach auf den Drachentanz. Und da ist er auch. Und das heißt, es gibt einen Druckkrieg, der richtig auf die Fresse hauen wird. Du bist dann ... замет. Der 신etier hat aufgezeigt, was das kann. Aber das konnte er leider nicht. So, allerdings... Durchflüsse ist reichlich, ich sollte das Erstleben, könnte aber auch ausreichen. Jetzt ist nämlich die Sache. Ich hab'n Pokémon, was das zukommt. Ich hab'n Pokémon, was es vielleicht bezahlen könnte. Daigoro! Und ich werde jetzt erstmal nicht heilen, ich werde später das Restort heilen. Ich denke auf jeden Fall sein Angriff. Erster wird nicht mehr erhöht. Und damit ist auch mein Drachentanz einfach mal negiert, so. Und jetzt hoffe ich einfach, dass Turbo-Tempo ausreicht. Daigoro! Zeig mir, was du kannst. Ohhhh... NEIN! Scheiße! Komm, halt es aus, bitte! Oh yeah, aber sie wird heilen! Brauchen wir mal nicht. Natürlich heilt sie. Ich hab' noch meinen Turbo-Tempo drauf und jag' da meine Top Geneserinnen raus. Ich mag das Max-Ax nicht. Und ich hab's so drauf gesetzt, dass Mr. Tifi einen Schaden macht. Und Akani dann ist das nicht gewissen kann. Ich hätt' auf die Rückkehr gehen sollen. Die hat mehr Power. Wie schon gesagt, ich bin nicht von ausgegangen, dass Akani ein Erdbeben überlebt. So, Bartolomeo als erstes. Aus dem Grund, ich kann seinen Angriff senken. Doppelheap. Drachen-Attacke stärke 40, trifft aber allerdings zweimal. Ist das so praktisch wie Doppelkick. Drachen-Variante von Doppelkick. Daigoro wurde leider besiegt. Doppelkick. Bartolomeo ist tanky. Physisch. Kann sein Angriff senken. Und damit wir auch noch mal eine Runde verschaftlich verschaffen, um meine Pokémon zu halten. Okay, mein letzter Kochberger Flieger ist auch bei uns. Landbeat. Jetzt kommt ein Erdbeben und macht keinen Drachenpanz mehr. Was mich auch wirklich freut, weil das wäre noch eine Scheiße. So, jetzt macht man 50. Okay, schau. Das heißt, jetzt kann ich erst einmal Messapil aufheilen. Natürlich, Messapil. Der muss her. Jetzt kommt der Drachen-Tat. Ich habe vorhin noch den Drachen-Tat gehofft, weil ich dann noch weiß, dass er das Messapil überleben wird. Das heißt, die Angriffe jetzt mehr Schaden machen. Aber scheiß drauf, Eis-Stahn. Das ist doch wahnsinnig. Hör auf! Vielleicht vielleicht drehe ich sie ein. Ich weiß, es soll nicht auf die Hacks vertrauen, aber manchmal muss man das. Nein, was weiß ich. Die Angriffe ist jetzt erhöht. Eis-Stahn. Oh Gott, das wird so weh tun. Ich weiß, ich habe 50 Schaden, Freunde. Mach's. Verdoppelt. Schade. Ich will jetzt hingeh... Uhhh, zu fliegeln. Raus richten. Scheiße. Das Ding ist physisch, glaub ich, der Defensive besser. Komm, Eisstrahl! Das verdammte Erdleben, irgendwann hast du auch keine AP mehr dafür. Das Ding ist mittlerweile nicht so schnell, dass ich das irgendwie zuerst angreifen darf. Das heißt, bei den Tanks müssen wir diesen Kampf entscheiden. Oh, das reicht aus, das reicht aus! Das ist ein Deadspiel! Mit viel Unterschritten von Mr. T haben wir diesen Kampf noch nicht gewonnen. Der kriegt noch Erfahrung. Wir haben uns zu uns zurückgelegt. Aber am Ende haben wir noch verloren. Seine Niedellage ist natürlich gut, gleich wegzustecken. Aber gleichzeitig bin ich auch froh. Ich will den Verkehr machen. Mit diesem ungehemmeltem Kampf sind sich dein Team und mein Team sehr viel näher gekommen. Oh ja, vor allem Mr. T mit dem Turm gegnimmt. BAM! War das ein schlechter Witz. Deswegen bin ich nicht vertraurig. Jetzt komm mit mir. Okay, die schöne Sequenz nochmal. BAM! Das steht ein bisschen an. Sollten Sundy-Dum der Dämmerung, wo man auch kurz vorm Ende praktisch die Elementkreise kann man das richtig hinlegen und irgendwie sowas. Bitte mein Lieber, nach dir! Mein Lieber? Oh! I see! Jetzt bist du nicht mehr Champ, jetzt willst du nicht an den neuen Champ ran machen. Aber so nicht! Hochschlafen ist bei mir nicht! Pfff! Pfff! So, da wären wir. Das ist dies die Ruhmeshalle. Hier werden die Namen beispiellose Trainer und Pokémon verewigt. Trainern, deren Herzens nichts weitergibt als Gutmütigkeit und die immer nur an das Wohl ihres Teams denken. Pokémon, die ihren Trainern unnötiges Vertrauen entgegenbringen und alles für sie geben. herausragende Pokémon mit den unerschöpflichen Präsentials. Äh, ja, du redest zu viel. So, mein Lieber. Nein, ich meine natürlich Mike. Ehrenwerter Trainer, du und dein Team seid durch unzählige Kämpfe zusammengewachsen. Dabei entstand ein wunderschaum, wundersa-, wund-, wunderbares, während der Freundschaft zwischen euch. Dass bis in alle Ewigkeit als Schatz gehütet werden soll, diese Maschine nimmt einen permanenten Eintrag eurer Errungenschaften vor. Okay, nein, nein. Entschuldigung. Ruhmeshalle. Nummer 1. Danz B, mit dem wir auf unser Abenteuer gestartet haben. Mr. T, der einfach nur Reizwirbel, wie wir am Ende gesehen haben. Der uns am Ende wirklich alles viel gerettet hat in der Liga. Dragonfly, der einfach mal auf das Team kam. Oder, äh, 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 äh. Der auch sehr überzeugt hat. Arcanny, generell ein gutes Pokémon. Oh, der war leider nicht so, so geil sein Team, wie ich es so oft hab. Na, der Flash-On, der auch, ja, viel getan hat. Nein, das hat hier ganz gut am meisten überrascht. Ich glaub, die möchte, dass ihr wirklich tankiert ist. Aber das war schon echt krank, wie der abgegangen ist. Ganzes Team, muss ich sagen. Ich bin nicht gut abgestimmt. Ich habe zuerst recht gegen Kampf-Pokémon. Bisschen zu wenig. Aber mein Gott, man kann nicht eine perfekte Kamerl-Team-Team haben. Wobei Kamerl-Ton, aber es ist ein Durchspiel-Team. Ist egal. So, damit war es das Ganze. Von letztem Pokémon Vice 2. Den Hilfsmodus hätte ich freigeschaltet. Nachdem ich aber das nicht mehr weitermache, der Hilfsmodus Käse ist. Nein. So. Mein Fazit. Natürlich habe ich mir wieder nichts aufgeschrieben. Äh, ja. Es sollte jetzt mal die Credits kommen. Speichervorgen, bitte das System ausschalten. Ah, okay. Äh, nicht ausschalten. Habe ich mich doch mal kurz verlesen. Mike hat das Spiel gespeichert. Zum letzten Mal. Yay, Feuerwerk-End. Die kriege ich mal hier die Feierung, die ich verdiene. Und hier nochmal die Top 4. Esther, Katlea, Anissa und Eugen. Das heißt, das heißt Eugene. Ah ja, ich meine Eugene. Natürlich. Hier nochmal die gesamte Pokémon-Liga. In V-Formation. Pokémon. Pokémon Weiß, Weiß und Weiß. Das war's. Müssen eigentlich die Credits kommen? Das sind sie auch schon. Direkt, Attacker, Uno. Uno. Äh, mein Fazit zum Spiel. Nachdem ich ja Pokémon Schwarz und Weiß nicht so gut fand. Wobei es eigentlich, es ist ein gutes Spiel. Aber für mich einfach kein so solles Pokémon. War nicht hier. Das. Eine richtig. Geile. Äh, geile Spiel. Finde es aber hier auf die Credits stellen. Wie wir da mal praktisch das ganze Abitur als Rückmeld erleben. Könnte mal ein bisschen mit reingucken. Äh, die Story-Technisch. Story-Technisch. Fand ich es sogar noch ein bisschen besser. Zumindest war zu Weiß war es auch nicht schlecht. Man hat dann einfach den Kampf zwischen Beide und Wunscher-Möglichkeiten gehabt. Aber zu Team-Plasma-lastig im ersten Teil. Habt man hier wieder oben. Es ist ja auch ein bisschen Team-Plasma-Weiß nicht mehr so krass. Immer und immer wieder gegen Team-Plasma kämpft. Bis nach der Liga. Das war einfach zu viel. Okay, bevor ich jetzt anfangen über Schwarz und Weiß schlecht zu reden. Ich sag mal, dass mein Fazit 2 gut war. Man hat viele Pokémon, man hat eine riesen Auswahl. Weil das war auch eine Sache, die ich einfach als Manko fand. Und zwar zum Weiß 1. Nur die neuen Pokémon. Man hat zwar viele neue Pokémon, was auch schön war. Aber wenn man dann so einen neuen Leben konnte, war irgendwie so zwanghaft. Das müsste man sie geben. Hier hat er mal eine riesen Auswahl an Pokémon. Und das hat richtig gefallen. Man kann sich mit einem richtig schön tolles Team zusammenbasteln. Vor allem, zumal man wirklich jetzt nicht so den Drang verspürt hat, die neuen Pokémon zu nehmen. Da war es hier bereits Kante aus dem Vorgänger. Es ist wie direkt nach der Vorgänger vorbei, dass er hier ein gutes Spiel hat. Man hat da mal schön ein paar neue Sachen reingefacht, wie man da zu verändern konnte, der Kampffahn hat. Man hat dann wieder gefehlt. Allerdings gibt es hier nochmal, wie kommt hier nochmal viel nach, also viel Content nach der Liga. Auch wenn man das nicht fehlt, tut mir leid. Ähm, genau, Storytelling war super. Man hat da riesen Pokémon auf jeden Fall, man hat einfach viel. Man sieht ja, man kann sich am Anfang viel Feuer vorgemacht haben, man kann sich kurz in der Tammo und eben Karno gefangen hat. Macht mich fangen. Und für den Poké-Wut, genau, wo wir es gerade sehen. Willi gerne, das ist eine tolle Sache. Einfach mal nochmal sowas. Es ist letzt für mich die Pokémon-Witwelle, bei denen ich nie etwas vermisse, die ich aber leider auch mit Sechstlichkeit vermisse. Das ist einfach eine letzte Kleinigkeit, um mal nebenbei irgendwas zu machen. Und naja, es ist ganz lustig. Manche mögen es nicht, ich finde es eigentlich ganz lustig. Manche Arenenleiter haben auch einen Rewerk bekommen, das hat zum Beispiel auch hier, äh, wie heißt sie? Der vierte Arenenleiter auf jeden Fall, das war das Model. Wie fällt der Name, bin ich nur ein, auf jeden Fall hat hier das Rewerk auch nicht gut getan. Sieht noch besser aus dem Schwarz und Weiß. Da hat es jetzt nicht gut, oh mein Gott, Arty. Die Arenen finde ich jetzt was auch schön, dass ihr alle nochmal wirklich auf die Arenen geht, Schwarz und Weiß 1 vorgaben. Wenn wir nochmal neu gemacht haben, waren Schwarz und Weiß 1 vorgaben, deswegen schlecht, aber das war halt, oder war es ja auch gut. Aber ich könnte einfach mal sagen, dass dann schon mal kein Arena, kein Arena, der die zwei mal hat. Die Arena auch, die zweite fand ich richtig geil mit dem Rockclub. Geiles Feeling schon in der Club. Also an sich, Grafik, Grafiktechnisch, wo man fünft, den Teil mehr ist. Super geil, super Spiel. Richtig Spaß gemacht. Auch das mit alten Charaktere, wie man die schon einbindet, vor allem Scheren und Bell. Bell hat auch einfach, wie auch ein Schwarz und Weiß, dann am Ende, wo er dann einfach Helferin, der von Professor Escher werden wollte und das dann auch wirklich geschafft hat. Ja, schön, dass man auch wirklich ihn zurückbringt und auch wirklich jetzt erfährt, was war, was eigentlich mit ihm war, genau. Was einfach zwei Jahre, ja, eine Selbstfindungsphase eingelegt hat, so zu sagen. Was ich insgesamt, super Spiel, tolle Story. Große Pokémon-Vielfalt, damit große Möglichkeiten, sich ein Team zu bilden. Die Liga haben sie gleich gelassen, an sich zu machen, auf alle 5.3.4. Leider, das ist einfach das Wanko, was ich finde. Top 4, warum 4 Pokémon statt 5? Warum hat man das 6. Charme wieder gemacht? Aber mein Gott. Das LP ist damit auf jeden Fall offiziell beendet. Ich danke fürs Zuschauen. Und schaute bitte beim nächsten Projekt rein. Das kommt dann praktisch an der Stelle im Wochenplan. Ich werde ja nochmal, ich werde nochmal abgabdeten Wochenladung laden. Hey, das ist unsere Mutter. Redet ihr was? Ich bin zu Hause. Das LP ist beendet. Auf jeden Fall das neue Projekt. Ich verrate es noch nicht, ihr werdet es noch jedenfalls sehen. Kommt es dann praktisch statt, Pokémon in den Wochenplan. Und fuck yeah, wir haben es durch. Also die Story. Und dann, also praktisch, bis zum nächsten Projekt, Ende. Danke fürs Zuschauen in diesem Projekt. Ich weiß, es hat lang gedauert, hat sich lang gezogen. Jetzt ist der Wochenplan ab Dortland da. Wenn irgendwas damit ist, kriegt ihr da eine Meldung. Oh, die Musik ist ja schön. Da ist noch ein bisschen was mit der Musik. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.